Willkommen zurück Nach der kleinen Unterbrechung Joschus immer noch am Start Hey Bitch Hey Bitch Hey Doppel Bitch Äh ja ich bin immer noch Auf dem Weg ähm Vom Balota diese Straße Richtung Cerno Richtig Ich bin gerade in so ein ekliges Teil reingelassen Was liegt denn hier Ist das eine Armbrust Ja man hier liegt eine Armbrust Hier habe ich noch nie eine Armbrust genutzt Soll ich sie gegen meine Waffe eintauschen? Nein auf gar keinen Armbrust ist das lächerlichste Was es in dem Spiel gibt Hier sind zwei Armbrust Zwei Armbrust Sehr gut Zwei Armbrust So ich wollte da nicht direkt über Cerno laufen oder? Äh Elektro Ne ne wollte ich nicht Ich bin übrigens jetzt schon Cerno oder? Ja Ja dann treffen wir uns ja bald Ja ich laufe jetzt hoch Ich will nicht die Cerno laufen Ich laufe da oben im Wald lang so ein bisschen Ja ich auch Ich bin der Typ mit der Mütze Ich bin der Typ der nichts zu trinken hat Und gleich an Trinken verreckt Oh mein Gott das finde ich ja gar nicht so toll Was habe ich denn noch in meinem Backpack? Backpack Rucksack Rucksack Backpack Yeah Fuck ich habe nichts mehr zu trinken Äh das finde ich nicht so nice Okay alter wo läuft der Zombie hin? Läuft der zu mir? Oder? Ja der läuft zu mir oder? Ja aber der läuft zu mir Ich könnte jetzt eigentlich nochmal das Militärlager looten oder? Du hast du was zu trinken? Ähm ja Dann lass uns so schnell wie möglich treffen Weil ich habe wirklich echt Durst Ich habe übrigens langsam mal rausgefunden Was passiert wenn das blinkt und du nichts trinkst Dann verliert man nämlich mäßig Blut Aber konstant Und wenn man wieder trinkt Ich glaube jede Sekunde so ungefähr 5 Blut Aber das zieht halt nach einer Zeit Und wenn man wieder was trinkt dann Dann hört es auf Ja dann ist dann Ich habe noch genug Blutkonserven und so Ein bisschen habe ich noch Es ist ein Loch oder? Ja es ist ein Loch Oh Gott Welche Waffe hast du eigentlich? Falls mich gerade Justin angeschrieben hat Dann soll er es mir bitte per iPod schreiben Weil mich hat gerade jemand bei Skype angeschrieben Welche Waffe hast du? Die Ne G G G GSC 3 oder GS3 Ich habe die M4A1CCO Mit Red Dot Mit was? Mit Red Dot Oh Ist doch gut Ja 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 Ich brauche die Standard-Munition wenn du welche findest Ich auch Achso Ufff Alter der habe ich einmal geschlagen und ich blute Jetzt kriegst du aufs Maul Auch dieses 30er Rant Oh oh Ich habe noch gar nicht nachgeladen Fuck Wieso kann ich nicht schießen? Kannst du auch nicht schießen? Keine Ahnung Keine Ahnung Doch kann ich Das ist kacke Ich kann nicht schießen Alter Hast du einfach mal keine Munition mehr? Hast du es gecheckt? Doch ich habe noch mal nie Kann ich mit der Pistole schießen? Alter ich bin ohnmächtig Wollen die mich verarschen? Das ist sick Was passiert denn? Wollen die mich verarschen? Ich verliere richtig schnell Blut Wo bist du denn? Ficken Wo kommen die ganzen Zombies her? Alter der hat mich einmal geschlagen Ist abgefuckt Tausend Blut Fickt euch Ihr seid Ey Wie kann das sein? Ich habe die geilste Ausrüstung gehabt Ja das ist ja kein Problem Da kommst du ja wieder hin Ja Ich bewache das einfach Wo liegt deine Leiche? Ähm Äh Tscherno Recht Also wenn du Ich war ganz rechts von Tscherno Als ich dir gesagt habe Ähm Ich bin jetzt bei Tscherno Rechts vom Wasser aus gesehen? Äh Ja wenn du vom Wasser aus hoch guckst sozusagen Ja Ich bin jetzt in Kamenka Oh fuck Kamenka ist am Arsch der Heide Da musst du sterben Am besten Kamenka? Das ist ganz weit links Keine Map Egal auf jeden Fall bin ich dann hochgelaufen Westlichste Stadt fast Ist das Also was Küste angeht Das ist die Westlichste Stadt Ja toll ich kann ja nicht sterben hier Das kann nicht sein Das kann nicht sein Äh Äh du hast noch ne Karte ne? Ähm Ja Dann beende ich einmal ganz kurz die Aufnahme Um Josch zu sagen wo ich bin Willkommen zurück Nach der kleinen Unterbrechung Josch ist immer noch am Start Ey Bitch Ey Bitch Ey Doppel Bitch Äh ja ich bin immer noch Auf dem Weg ähm Vom Balota Diese Straße Richtung Tscherno Richtig Ich bin gerade in so ein ekliges Teil reingelassen Was liegt denn hier Ist das ne Armbrust? Ja man hier liegt ne Armbrust Ich hab noch nie ne Armbrust genutzt Soll ich sie gegen meine Waffe eintauschen? Nein auf gar keine Armbrust ist das lächerlichste was es in dem Spiel gibt Hier sind zwei Armbrust Zwei Armbrust Sehr gut Zwei Armbrust So ich würde nicht direkt über Channel laufen oder? Äh Elektro Ne ne wollte ich nicht Ich bin übrigens jetzt schon ein Channel oder? Ja Ja dann treffen wir uns ja bald Ja ich lauf jetzt hoch Ich bin nicht die Channel Lauf Ich lauf da oben im Wald lang so ein bisschen Ja ich auch Ich bin der Typ mit der Mütze Ich bin der Typ der nix zu trinken hat und gleich an trinken verreckt Oh mein Gott das finde ich ja gar nicht so toll Was hab ich denn noch in meinem Backpack? Backpack, Rucksack, Rucksack, Backpack Yeah Fuck ich hab nix mehr zu trinken Äh das finde ich nicht so nice Okay hat der Alter wo läuft der Zombie hin? Läuft der zu mir? Oder? Ja der läuft zu mir oder? Ja aber der läuft zu mir Ich könnte jetzt eigentlich nochmal das Militärlager looten oder? Du hast du was zu trinken? Ähm ja Dann lass uns das schnell wie möglich treffen Weil ich hab wirklich echt Durst Ich hab übrigens langsam mal rausgefunden was passiert wenn das blinkt und du nichts trinkst Was denn? Dann verliert man nämlich mäßig Blut Aber konstant Und wenn man wieder trinkt Ich glaub jede Sekunde ist ungefähr 5 Blut aber das zieht halt nach der Zeit Und wenn man wieder was trinkt dann Dann hörts auf Ja dann ist dann Ich hab noch genug Blutkonserven und so Und bisschen hab ich noch Hier ist ein Loch oder? Ja hier ist ein Loch Sag mal welche Waffe hast du eigentlich? Falls mich gerade Justin angeschrieben hat dann soll er es mir bitte per iPod schreiben Weil mich ja gerade jemand bei Skype angeschrieben Welche Waffe hast du? Die, ne, G G, 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 S, C 3 oder G, S, 3 Ich hab die M4A1CCO Mit Red Dot Mit was? Mit Red Dot Oh, ist doch gut Ja Weeeeeee Berg hochlaufen Hoffentlich ist er kein Sniper Ich brauch die Stunner-Munition, wenn du welche findest Ich auch Achso Uff Alter, der hab mich einmal geschlagen und ich blute Jetzt krieg's aufs Maul Auch dieses, äh, 30er Rant Oh, oh Ich hab noch gar nicht nachgeladen Fuuuck Wieso kann ich nicht schießen? Kannst du auch nicht schießen? Keine Ahnung Doch, kann ich Das ist kacke Ich kann nicht schießen, Alter Hast du einfach mal keine Munition mehr? Hast du's gecheckt? Doch, ich hab noch mal nie Kann ich mit der Pistole schießen? Alter, ich bin ohnmächtig, wollen die mich verarschen? Das ist sick, was passiert denn? Wollen die mich verarschen? Ich verliere richtig schnell Blut Wo bist du denn? Ficken! Wo kommen die ganzen Zombies her? Alter, der hat mich einmal geschlagen Ist abgefuckt Tausend Blut Fickt euch Ihr seid, ey Wie kann das sein? Ich hab die geilste Ausrüstung gehabt Ja, das ist ja kein Problem, da kommst du da wieder hin Ja Ich bewacht das einfach, wo liegt deine Leiche? Ähm Ähm Äh, Czerno Recht, also wenn du Ich war ganz rechts von Czerno, als ich dir gesagt hab Ähm, ich bin jetzt bei Czerno Rechts vom Wasser aus gesehen? Äh, ja wenn du vom Wasser aus hoch guckst, sozusagen Ja Ich bin jetzt in Kamenka, oh fuck Kamenka ist am Arsch der Heide, da musst du sterben Am besten Kamenka? Das ist ganz weit links Keine mehr, egal, auf jeden Fall bin ich dann hochgelaufen West-geste Stadt fast Also was Küste angeht, das ist die West-geste Stadt Toll, ich kann ja nicht sterben hier Das kann nicht sein Das kann nicht sein Äh, du hast noch ne Karte, ne? Ähm, ja Dann beende ich einmal ganz kurz die Aufnahme, um Josch zu sagen, wo ich bin Ja, du musst dich, morgens Fick dich Ähm Trennen Ja okay, dann weiß ich ja Bescheid, wo du ungefähr liegen könntest Bitte Es sind auch nicht mehr so viele hier auf dem Server, also Naja, das Äh, ich werd gerade von meiner Mama angerufen Von meiner Mama Bitte, bitte spawn in der Nähe von Cernow, bitte, bitte spawn in der Nähe von Cernow Bitte Ich mach die Augen zu, vielleicht hab ich dann Glück 25 Drakon? Where's the fuck is Drakon? Chord darauf jeden Fall ich bin voll der alte Opa hier ist was nein, sag mir nicht, dass es Elektro das ist Elektro, oder? ja, es ist Elektro okay ich glaube, ich bin in Elektro gespawnt ähm das kann man äh, wie sitzt es mit meinem Baguette? wie sieht es aus? nach drei Minuten ja ich bin in Elektro gespawnt das ist gut mhm, ich bin jetzt direkt auf dem Weg dorthin und ich gehe davon aus, dass ich meine Waffen wiederkriege, deshalb nehme ich mir nichts mit ich sprinte einfach darauf los ja, mach das ich bin jetzt auch gleich bei deiner Leiche, wenn sie denn da ist, wo du meinst mhm okay, da ist die Farm, also der grüne Punkt, den du angesprochen hattest mhm dann hör auf fliegen oder so ja, klar dann ist hier so eine kleine Hütte ja, das war so rechts neben der kleinen, oder ich habe die eine Hütte gesehen daran habe ich mich auch orientiert deshalb, ich bin nur über den Berg gelaufen, bin schon wieder bin ganz oben auf der Spitze gewesen, glaube ich also zumindest bin ich nicht runtergelaufen ich bin hochgelaufen erst und dann war dann diese Hütte, dann habe ich mich umgedreht, habe festgestellt, dass ich nicht schießen kann dann habe ich den Abhang von warte mal kurz, bist du auf den Berg gegangen? ja und da gestorben, auf dem Berg auf, auf einem Berg, aber schon so halb auf den Runterweg ja, ich bin schon wieder, ich habe oben auf dem Berg habe ich versucht zu schießen, als ich direkt oben war da habe ich gemerkt, dass es nicht funktioniert, dann bin ich weiter runtergelaufen ganz gleich Stück habe ich wieder umgedreht, habe da mit der Pistole geschossen, dann bin ich sofort in Ohnmacht gefallen also warst du noch auf einer Anhörung und ich habe aber eine Straße gesehen, auf dem Weg als ich runtergeguckt habe glaube ich zumindest, dass es eine Straße war verschwinden die Leichen? nein, das ist eigentlich nicht die bleiben schon eine ganze Weile auf dem Server ja, das wäre nämlich gut, weil ich laufe ja jetzt wieder Richtung Czerno und dann kenne ich den Weg ja noch ja oh, hier steht eine Ziege na Mist, ich dachte, das wäre deine Leiche, aber es war ein Stein oder hast du einen das ist ein Stein Skin auf jeden Fall warte mal, oder ist das hier das ist das ist nicht Czerno, ne? also Elektro und Czerno unterscheiden sich schon ziemlich ja, ich bin, nee, es ist Elektro ähm denn ich finde das ehrlich gesagt nicht deine Bargetz gut, da muss ich mal eben wieder disconnecten ich laufe schnell in die in die Farm hier rein was von der Farm muss mir gleich noch mal sagen, von der Farm aus, wo ich dahin irgendwo, ich weiß nicht genau, wo ich schon bin, irgendwo da ich versuche einfach in Richtung dieses komischen Berges zu gehen und, wenn hier einfach reactions wird, dann höchst mich commams heißt dot